Guten Tag und herzlich Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Ich bin Nadja Kohin von Bildung weltweit und ich bin für alle internationalen Bildungsthemen beim deutschen Bildungsserver zuständig. Ja, das Jahr 2023 endet krachend mit dem zweiten deutschen PISA-Schock, ich glaube man kann es tatsächlich so nennen, der aber auch international eine Schockwelle ausgelöst hat. Nichts weniger als einen nie dagewesenen Leistungsabfall bescheinigt die OECD der internationalen Bildungskommunity und das in gelb hinterlegten Großbuchstaben auf ihrer Hauptseite zu den PISA-Ergebnissen. Und auch wenn alle sofort Corona als Hauptschuldigen in Verdacht haben, der Abwärtstrend war schon vor den Corona-bedingten Schulschließungen erkennbar, so die OECD weiter. Ja, in mehrfacher und längerer Hinsicht am Lernen gehindert werden leider Kinder aus Konfliktsituationen und Kriegsgebieten, wie der Ukraine, Israel, Palästina, das was wir momentan in den Medien mitbekommen, aber auch in leicht vergessenen Konfliktregionen wie Südsudan, Äthiopien, Jemen, Syrien, Afghanistan und anderen. Für die Kinder in diesen Ländern und Regionen ist es nach schon anstrengenden Corona-Jahren nun besonders bitter, dass sie wieder unter verschärften Bedingungen oder auch gar nicht an Bildung teilhaben können. Ja, in Regionen, wo es eventuell nicht mal mehr Schulgebäude zum Lernen gibt, geschweige denn irgendeine Lerninfrastruktur, kann auch künstliche Intelligenz Bildung wohl nicht mehr retten. Allerdings erhofft man sich international große Bildungserfolge durch den Einsatz von KI, wenn denn zumindest mal die technische Infrastruktur dafür da ist. Daher stand das Jahr 2023 bei mir und für meinen Bereich Bildung weltweit ganz unter dem Thema Künstliche Intelligenz. Es hat diesmal länger gedauert, bis ich mich halbwegs eingelesen hatte in das Thema. Und ich habe zum ersten Mal auch für ein Thema diverse Kurse und Weiterbildung besucht, weil KI natürlich nicht nur für die Bildung in Zukunft omnipräsent sein wird und eine wichtige Rolle spielen wird, sondern auch, weil es die Arbeit hier bei uns im deutschen Bildungsserver grundlegend verändern könnte. Trotz der ganzen Kurse und Weiterbildung habe ich das Gefühl, das Thema ist immer noch schwer zu greifen, auch weil man unter künstlicher Intelligenz so unglaublich verschiedene Dinge verstehen kann und sie auch für die Bildung ganz unterschiedlich eingesetzt werden kann. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch viele Bedenken und Warnungen vor dem Einsatz von KI, gerade in der Bildung und vor dem Glauben, KI sei nun das Allheilmittel für alle Bildungsprobleme der Welt. Ja, nach diesen ganzen eher negativen oder zumindest kritischen Bildungsthemen möchte ich dennoch noch einen positiven Ausblick auf das Jahr 2024 wagen. Gerade hat nämlich die Plattform T4 Education seine alljährlichen internationalen Preise für die besten Schulen weltweit vergeben und in der Kategorie Widrigkeiten überwinden, auf Englisch nennt sich die Kategorie Overcoming Adversities. Ja, in dieser Kategorie hat die Max-Rain-Hand-in-Hand-Schule in Jerusalem den diesjährigen Preis gewonnen. Sie gilt als die einzige zweisprachige, integrierte jüdisch-arabische Primar- und Sekundarschule in Israel. Dieses Beispiel, das bestimmt viel Aufmerksamkeit durch den Preis erlangen wird, lässt hoffen, dass irgendwann eine neue Generation heranwächst, die eine friedvollere Zukunft für den Nahen Osten und für die ganze Welt gestalten kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, friedliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2024.